Hallo zusammen! Früher hatte ich häufig finanzielle Probleme. Ich fühlte mich oft als pleite und unfähig, ein Einkommen zu erzielen. Dank meiner Arbeit mit dir habe ich meine finanziellen Probleme gelöst. Ich habe gerade ein Haus geerbt, das ich für gutes Geld vermietet habe und bereite mich darauf vor, mit meinem Freund in den Urlaub zu fahren. Ich bin nun finanziell unabhängig und kann mein Leben in vollen Zügen genießen. Alles dank dir. Ich bin so dankbar.